Halli Hallöchen willkommen bei Hertha Geek Freunde. Ja wie ihr seht wieder ein ungewohntes Bild für euch im Hintergrund. Ich bin immer noch nicht im Studio angekommen, aber mittlerweile doch schon in Berlin. Jetzt haben wir aber Handwerker im Haus, die relativ heftig die Fliesen von der Wand kloppen. Also ich eine Etage höher, dachbodenmäßig und drehe mal hier eine Runde. Ja, das kann man ja sonst nicht aushalten, wenn das Klopfen so laut wäre. Da kommt ja kein Mikro mit, Leute. Was steht heute an? Was steht heute an? Bochum. Bochum am Wochenende. Was soll ich sagen? Schicksalsspiel-Nummer hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Der Dreier muss her, wenn wir überhaupt noch eine klitzekleine Chance haben wollen. Wir haben es ja nicht mehr in der eigenen Hand. Das ist leider so, aber nichtsdestotrotz Dreier und dann muss man sehen, was die anderen machen. 15.30 Uhr im Olli. Wir sind natürlich bei. Komplett mit dem Geek-Team supporten ohne Ende. Schreien, was das Zeug hält. Ja und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So muss man es ja nennen. Das passiert gleich. Vorab aber ein bisschen Geek-News, so will ich es mal nennen. Wir waren ja in Kölle. Wir hatten ja ein kleines, kleines Video-Stadion-Vlog gedreht. Ihr könnt ja bei uns mal reingucken in eine Playliste, falls da eines nicht gesehen hat. Ja, kritisch, was uns da widerfahren ist, haben wir da ausführlich besprochen. Brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Spielerisch war ja nüchte, haben wir ja einen auf den Deckel gekriegt und jetzt als Fan hatten wir auch nicht so tolle Erlebnisse bekommen. War schade, denn eigentlich ein sehr schönes Stadion und auch richtig Bambule, richtig wie bei uns im Olli. Ja, Power und Support der Fans. Aber wenn es natürlich einem in die Fresse fliegt, negativ gesehen, weil jetzt hier der Big-City-Proleten-Club antanzt, der auf Platz 18 ist und nicht auf die Reihe kriegt mit seinen, was ich will, teuren Spielern, stehst du als Fan halt blöd da und kriegst dann die volle Breitseite ab. Das war irgendwie der Konsens von dieser Reise. Nicht schön. Aber, warum ich es ja überhaupt erwähne, was wirklich richtig schön war, waren die Kommentare danach unter dem Video. Leute, ihr könnt ja gerne mal gucken. Da haben so viel Köln-Fans sich mehr oder weniger fast schon entschuldigt. Man kam in ein Gespräch und es wurde erklärt, ja, normalerweise sind wir sehr weltoffen, auch mit den Fans und so. Wir probieren doch immer als Kölner auch irgendwie eine Fußballfamilie zu sein und auch das dem Gegner zu zeigen, den gegnerischen Fans zu zeigen. In Köln ist eigentlich jeder willkommen. So und so. Ungefähr wurde es geschrieben. Aber halt dieses Big-City, was in der ganzen Saison, beziehungsweise schon davor, in der Liga so fett gemacht wurde, hatte natürlich ein bisschen Brass bei den Kölle-Fans, ja, verursacht. Und das bedeutet, wenn natürlich die Hertha-Fans antanzen, die kriegen es jetzt richtig. Vor allem, weil wir auch Letzter sind, ist auch super peinlich. Egal. Aber ganz tolle Kommentare gewesen. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass so ein bisschen meine Stimmung aufgefangen wurde von den Kölle-Fans, ja, und sie da bereit waren, auch in die Diskussion reinzugehen und die Situation zu schildern. Also vielen Dank an dieser Stelle. Nochmal tolle Fans. Kann man nicht anders sagen. Ganz großes Kino. Habe mich sehr gefreut, nachdem, wie wir uns gefühlt hatten. In dem Zug würde ich auch mal sagen, an alle Fans generell da draußen, hier eine Ansage von mir. Nächste Saison, ob Liga 1 oder 2, hat Hertha ein ganz anderes Gesicht wieder. Zurück zu den Tugenden, weg von diesen Big-City-Wahnen. Das mal an alle anderen Fans da draußen. Wir sind nicht Big-City. Das ist irgendwie so ein ekliges Ding, was aufgezogen wurde von Presse, von Funktionären, von falschen Verantwortlichen im Verein, die alle schon weg sind. Ja, wir von Hertha gehen zurück zu den alten Tugenden. Das wurde auch auf der Mitgliederversammlung nochmal ganz groß in den Orbit rausposaunt. So ist es. Und wir werden nächste Saison, ob Liga 1 oder 2, ein ganz anderes Gesicht zeigen. Also bitte, bitte Big-City begraben. Ist nicht mehr. Ich hatte schon die MV eben erwähnt, Mitgliederversammlung. Ich habe sie mir auf dem Weg von Köln nach Berlin auf dem Handy angeschaut. Ja, ist ja wichtig. Ich glaube, es war jetzt auch nur die Zusammenfassung, weil die ganze MV Leute, ja, Chapeau an diejenigen, die es da auch so lange aushalten und mitfiebern und mitdiskutieren und sich das antun. In diesem Fall muss ich sagen, auch positiv antun. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, die Hertha TV rausgegeben hat. Fand ich sehr interessant, fand ich sehr gut, fand ich sehr ordentlich, fand ich sehr geordnet. In einem studioähnlichen Zustand wurde das alles aufgebaut. Der Max war der Moderator, hat das sehr gut gemacht. Und es wirkte recht locker. Es wurde auf alles auch geantwortet. Und in dem Zuge möchte ich natürlich Zecke Neuendorf nochmal, beziehungsweise nochmal, ich habe es ja noch gar nicht, aber andere wahrscheinlich. Man hat es am Applaus gesehen. Zecke Neuendorf danken für die offenen Worte, die natürlich nicht bequem sind und nicht nice und wahrscheinlich auch nicht schön Mainstream. Es war harte Worte, aber von Herzen, die richtig formuliert wurden. Aus meiner Sicht, da muss immer auch Klartext gesprochen werden, bei dem, was die letzten Jahre verdattelt wurde im Verein. Da müssen auch mal Namen genannt werden, da muss auf den Tisch gehauen werden. Und Zecke hat das quasi für alle übernommen. Ja, für ganz Hertha, fürs Präsidium. Ja, und für, ja, ich möchte jetzt nicht nur das Präsidium nennen. Da waren ja auch alle anwesend. Ich sage mal Hertha. Für alle Herthaner zack, Zecke auf den Tisch gekloppt und gesagt, was Tacheles ist. Hat mir sehr gut gefallen. Man kennt Zecke so, ehrlicher Typ, ehrliche Worte, ehrliche Meinung und ich hoffe, dass das dann auch fruchtet. Ja, dass wir dieses Big City, dieses ganze Siffige hinter uns lassen und Neubeginn in der neuen Saison. Egal, ob Liga 1 oder 2. Muss man ja sagen. Punkt. Steht hier. Punkt. Ich habe es genannt. Jetzt kommen wir. Mit den Fakten. Ups, hier ist irgendwas runtergeplumpst. Egal. Lattet liegen, mein Junge. Jetzt kommen wir zu den Fakten. Bochum-Spiel. Ich liebe Zahlen. Ich liebe Fakten generell. Bochum. Neun Siege. Vier unentschieden und genauso viele Niederlagen wie wir mit 19. Platz 15 gerade noch. Ja, und 31 Punkte. Da haben sie uns ein bisschen was vor. Also ihr wisst ja, wie die Situation sich ergibt. Ich mache das jetzt nochmal pro forma, diese Zahlen zu nennen. Die sind im Abstieg, genau wie wir, aber haben jetzt noch ein paar Punkte mehr auf dem Zähler. Aber wenn wir sie schlagen sollten und sie danach verlieren, zack, wären wir sogar punktgleich. Und dann hätten wir ein besseres Torverhältnis, wenn das so ist. Denn momentan hat Bochum minus 35 und wir minus 28. Noch stehen wir davor, wenn das mal ausschlaggebend sein sollte. War ja schon mal da gewesen, Freunde. Bochum hat am letzten Spieltag Bayer 04 Leverkusen. Die wollen ja noch europäisch kicken, denke ich. Da gibt es ja diesen UEFA-Konferenz-League-Cup, bla bla. Man kann sich darüber streiten, ob der nice ist oder nicht. Aber er ist europäisch. Man wird gesehen und man kriegt auch Geld in die Kasse. Europa ist immer nice. Und da haben sie gerade ein Schamützel mit dem Wolfsburg-Clan. Mit den Wölfen. Genau. Und das Krasse ist ja, dass wir am letzten Spieltag gegen Wolfsburg spielen und Leverkusen halt gegen Bochum. So könnte Leverkusen uns einen Gefallen tun, Bochum schlagen und wir tun Leverkusen einen Gefallen und schlagen Wolfsburg. Wenn es so einfach wäre, Leute. Aber ich wollte es mal genannt haben. Ja, blablabla, weil es hier so steht. Das ist der letzte Spieltag quasi für Bochum und für uns. Am 16. Spieltag war ja das Hinspiel. Ich erinnere mich leider nicht so gerne dran, weil wir 3-1 verloren haben. Es war nach dem Restart das erste Gekicke und Bochum hat uns eigentlich überrollt. Wir waren noch gar nicht da. Wir hatten vielleicht noch so die Sonne Floridas im Herzen. Vielleicht noch ein bisschen Palmgewedel virtuell im Gesicht. Der Wind vom Meer und so weiter. Man war auf dem Platz einfach nicht vorhanden. Das war schrecklich, das mit anzusehen. Zum Schluss konnten wir eine Kosmetik, also eine Kosmetik ansetzen mit einem Törchen. Drei Minuten Verschluss hat hier Serda nochmal reingehauen. Aber an sich war das wirklich überhaupt nichts. Es war uninteressant. Interessant zu nennen waren nämlich zwei Geschehnisse, wenn man so will, die erstmalig waren. Der Hofmann hatte sein erstes Doppelpack hinbekommen, soweit ich das weiß. Und der Schlotterbeck, der in der Pause zu Bochum wechselte, hatte dann sein erstes Tor erzielt. Sogar im ersten Spiel, glaube ich. Hat da den schön, ich glaube, der war ja, wie sieht man, aus dem Meter Entfernung über die Linie buxiert mit dem Kopf und unser Abwehr hat dann mal wieder völlig gepennt. Ja, und der Hofmann ist einfach ein Kopfball-Monster. Erste Tor. Ja, falsch gestanden, schön hochgestiegen. Der war in einer Höhe unterwegs, wo wir gar nicht uns befinden, befanden und befinden werden. Ein großkräftiger Stürmer. Man kennt ja Hofmann. Und er hat da schön eingeköpft. Und beim zweiten Ding hat er ein bisschen Glück gehabt. Er hat aus der Drehung geschossen, wurde abgefälscht, ging so über den guten Christen rüber. Das waren die Tore. Letztendlich 3-1 verloren und der Frust war mächtig, weil Bochum fing dann, glaube ich, an, auch sich hinten ein bisschen freizuschwimmen und verließ, glaube ich, auch mit diesem Sieg die direkten Abstiegsplätze. Fakten. Statistik. Erstmal generell Klub Bochum. Eckballgefahr. Platz Nummer 2 in der Liga, Leute. Eckballgefahr. Platz Nummer 2. Plus 64 haben die. Ja, das wird dann immer berechnet, verglichen mit dem Ligadurchschnitt. Oder sind sie im Plusbereich weit oben. Plus 64. Platz 2. Bäm. Ja, also Bochum ist sehr, sehr gefährlich von den Ecken. Herkommend. Hertha vergleichbar. Platz 15. Minus 39. Wir haben nicht mal ein Plüsschen davor. Also da ist Bochum echt gefährlich. Gewonnene Zweikämpfe. Platz 4 sind sie recht gut. Da sind sie genau einen Platz über uns. Ja. Fighten sehr gute Jungs. Chapeau. Lauf Distanz. Wiederum Platz 18. Da sind sie letzter. Also ich kann mal festhalten, scharfe Ecken, die oft was bringen. Kann man gut einsetzen als Standard. Ja, wenn es darum geht, ein Törchen zu machen noch auf die letzte Minute. Und fighten. Aber in der Laufdistanz sind sie letzter. Es sind immer Nuancen teilweise. Ja, da geht es nachher um Meter. Ja, das muss man auch mal nennen. Aber da sind sie letzter. Das ist jetzt keine Mannschaft, die durchgehend nur marschiert. Ja. Da gibt es andere. Wir übrigens 14. Auch nicht so viel besser. Aber vier Plätze drüber. Spieler. Statistikspieler. Jetzt wird es recht interessant. Gewonnene Zweikämpfe natürlich, weil sie ja auch als Mannschaft recht hoch waren, sind sie mit dem Philipp Hofmann auf Platz 2. Ja, also der ist ein Fighter. Und ich muss den Namen schon wieder vorlesen. Gewonnene Kopfballduelle sogar Platz 1. Die Nummer 1 in der Liga. Das ist übel. Da müssen wir zusehen, die Situation gar nicht erst aufkeimen zu lassen. Also jede Flanke, die rein will, müssen wir verhindern. Damit er nicht weit hoch steigt. Wir haben es in Köln gesehen, was der Davy Selke mit uns gemacht hat. Wir kennen den lieben Jungen an dieser Stelle. Du solltest doch kein Tor machen. Mensch. Davy, ey. Alter Herr Tana. Aber er hat es gemacht. Ja, aber bei dem Hofmann ist es halt so. Ja, müssen wir saumäßig aufpassen. Also da sollte ganz wenig an Flanken reinkommen. Und ja, gehaltene Torschüsse der Riemann. Ein Torwart, der mitspielt. Ich glaube, er hat mal auch im Feld gespielt als junger Kerl. Soweit ich weiß, er ist unheimlich begabt. Also ist ein sehr mitspielender Torwart. Und hat auch die meisten Torschüsse in der Liga gehalten mit 129. Gut. Auch ein guter Mann zwischen den Pfosten bei Bochum. Ich rede jetzt mal ein bisschen über die einzelnen Reihen. Ich nenne da ein paar Namen, die aus meiner Sicht nennenswert sind. Ich stecke nicht so weit in dem Verein drin, dass ich jetzt alles genau fein aufzählen kann von jedem Spieler. Aber so, was man so am Rande mitkriegt als fußballaffinen Mensch, der sich auch mal das eine oder andere Spiel in der Bundesliga reinzieht, außer von Hertha. Ja, ich kenne noch den Dominik Heinz. Ja, der ist ein solider Außenverteidiger, der, soweit ich weiß, mit Soares sich auch diesen Platz teilt. Ich glaube, beide Linksverteidiger, glaube ich. Aber egal, wer spielt, sehr flankenstark, muss ich sagen. Auch meistens auf der Schiene zu sehen. Super Flanken, die da natürlich wohin gehen. Ja, Richtung Hofmann. Der soll ja nicht einköppen. Aber die beiden Jungs, egal wer spielt, von denen sehr viel Bundesliga-Erfahrung, auch schon etwas älter, gute Zweikampfwerte. Also da muss man auch sehen, dass diese Seite auch zugemacht wird. Da muss unser Sturm richtig mitarbeiten. Ob jetzt Heinz oder Soares spielt. Dann haben sie noch einen in der Abwehr in der Mitte. Ich glaube, Masovic, wenn ich das richtig ausspreche, der hat auch vier Tore schon gemacht. Also auch ein guter Innenverteidiger, der nach vorne geht. Und ich denke mal, meistens machen Innenverteidiger auch Kopfballtore. Da sollte man auch darauf achten. Mittelfeld. Ich nenne mal den Stöger. Ich weiß noch, wie Herr Stöger einen Freistoß gegen uns im Hinspiel gegen die Latte geballert hat. Ja, das war sehr knapp gewesen. Der kann gute Freistoße, ist aber auch torgefährlich. Vier Tore, ein Assist. Ja, auch aus dem Mittelfeld kommt Klasse. Genau wie Lozilla. Zwei Tore, zwei Assists. Der Junge ist, glaube ich, Franzose. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier nenne. Aber wenn er Spanier wäre, müsste ich, glaube ich, den Namen anders aussprechen. Aber Lozilla. Zwei Tore, ein Assist. Auch einer, der sich viel bewegt. Zwischen den Reihen. Ich habe ihn auch bei uns im Spiel als sehr stark noch in Erinnerung. Die Jungs sind im Mittelfeld gut. Und ich denke mal, die werden auch beide spielen. Im Sturm haben wir den Asano. Zwei Tore, ein Assist. Sehr beweglich. Sehr beweglich. Sehr beweglich. Vor allem unangenehm, weil er technisch sehr gut ist. Sich auf der Stelle sehr gut eindrehen kann. Dadurch auch oft Bälle nach hinten gibt oder nach vorne gibt. Also er kann die gut verteilen. Sehr schnell, sehr flink. Da muss man, da sollte man nicht irgendwie so einen vollsteifen Typen gegen ihn stellen. Ich will sagen, man darf dann nicht limitiert sein in Sachen Schnelligkeit. Mehr sage ich dazu nicht. Ich werde keinen Namen nennen. Aber bei Asano muss man damit rechnen, dass er sehr flink unterwegs ist. Und natürlich Hofmann. Leute, ich habe es jetzt, den habe ich schon so oft erwähnt, den Namen. Ein Spieler mit acht Toren und ein Assist, der weiß, wo die Pille hin muss. Und meistens auch mit dem Kopf. Bochum spielt sehr kompakt, aus der Abwehr, sehr konzentriert. Macht eigentlich diesen teilweisen Kick and Rush. Spielt hoch nach vorne. Hofmann positioniert sich. Legt ab. Links, rechts, je nachdem, wer mitläuft. Mittelfeld oder eben nach außen. Heinz oder Soares. Rennt in die Spitze. Probiert dann natürlich irgendwie den Freiraum zu finden. Um das Ding dann einzuköpfen. Also es ist eine Vorgehensweise, die ähnlich auch VfB Stuttgart schon gespielt hat. Ja. Mit dem Sosa, der auch mal fleißig von außen reinflankt. Der ist, glaube ich, sogar Nummer eins im Flanken, muss ich jetzt sagen. Haben wir aber einigermaßen gut hingekriegt. Müssen wir gegen Bochum auch hinkriegen. Oder Stuttgart. Ach Quatsch. Köln, wo wir gerade waren. Die sind auch Mädchenflanken. Union ist auch so eine Mannschaft. Es ist ein System, was viele machen. Ja. Vor allem, wenn vorne da so eine Kante, so ein Riesen drin ist. Da muss man sehen. Ja, Leute. Das war erst mal mein Bochum-Vorbericht. Wir sind im Stadion. Im Olli. Natürlich supporten Hertha richtig mit. Und das nächste Video dann, wie immer, nach Bochum. Und dann sehen wir ja, was los ist. Mit der so einer Flappe ich dann hier sitze und einen vom Besten gebe. Naja, schauen wir mal. Aber noch ein bisschen im Nachgang. Die MV, die Mitgliederversammlung, hat mich sehr zufriedengestimmt. Man ist dadurch emotional wieder ein bisschen hochgekommen. Gerade nach Köln. Und wir müssen einfach sehen, dass wir zusammenhalten im Verein. Und einfach wir, Herr Tana, wie es so schön immer auf dem Pullover steht, jetzt bleiben. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis denne.